So, Sie haben höchstwahrscheinlich langsam genug gesehen von regulären Sprachen. Es gibt schließlich auch noch andere Dinge auf der Welt. Wobei, gibt es tatsächlich noch andere Dinge? Bisher war ja wirklich alles, was wir uns im Detail angeschaut haben, regulär. Die Grammatiken, mit denen wir begonnen haben, waren regulär. Die Automaten, die wir uns überlegt hatten und mit denen wir arbeiteten, hatten sich alle herausgestellt als Automaten, die nichts weiter erkennen können als die regulären Sprachen. Und es liegt natürlich jetzt nahe zu fragen, gibt es denn überhaupt noch so viel mehr? Kann man denn noch interessante Sprachen finden, die nicht regulär sind? Und das wollen wir heute machen. Es geht um die Grenzen regulärer Sprachen. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krutsch. Sie sind bei der Videoreihe zum Thema Formale Sprachen und Automaten im Bachelor der TU Dresden. Nicht reguläre Sprachen, das soll es also sein. Gibt es sowas? Können wir nicht reguläre Sprachen finden? Naja, wenn Sie sich zurückerinnern an meine Begegnung mit Kantor, dann wissen Sie natürlich, dass es ganz sicherlich nicht reguläre Sprachen gibt. Ganz einfach deshalb, weil es so viele Sprachen gibt. Und da die regulären Sprachen alle endlich beschrieben werden können, weil es zum Beispiel einen Automaten für Sie geben muss, ist klar, dass das bei weitem nicht alle Sprachen abdecken kann. Es gibt also nicht reguläre Sprachen, so weit, so gut. Aber wenn wir Kantor zu Hilfe nehmen, dann heißt das natürlich immer, dass wir sehr weit nach draußen schauen. Also die Sprachen, die dort existieren, sind vielleicht durch nichts endlich beschreibbar und sicherlich auch nicht sehr bedeutsam in der Praxis. Interessanter wäre es, erst mal zu fragen, ob es denn Sprachen gibt, die wir zum Beispiel mit Grammatiken beschreiben können, also mit Typ-0-Grammatiken zum Beispiel, die nicht regulär sind. Und auch das gibt es natürlich mit anderen Worten. Nicht alle Typ-0-Sprachen sind regulär. Und das können wir auch zeigen. Die Frage ist allerdings, wie? Wie kommt man zu so einem Ergebnis? Wenn ich zeigen möchte, dass eine Sprache regulär ist, ist das ja immer relativ einfach. Ich muss lediglich einen Automaten angeben oder einen regulären Ausdruck oder eine Grammatik, dem Typ-3 genügt, dann habe ich gezeigt, dass die Sprache nicht regulär ist. Das heißt, ich kann das jeweils, wenn ich suche nach so einem Artefakt, relativ leicht klären. Sobald ich einen Automaten gefunden habe, ist die Sache geworden. Wie kann ich aber zeigen, dass das nicht möglich ist? Ja, da kann ich sehr lange suchen, kann verschiedene Automaten anschauen und feststellen, dass die alle nicht geeignet sind. Aber auf diese Art werde ich sicherlich keinen Beweis abbringen. Vielleicht habe ich nur nicht den richtigen Automaten gefunden. Vielleicht habe ich den richtigen regulären Ausdruck nicht wählen können und dennoch wäre es aber möglich gewesen, das irgendwie auszudrücken. Es gibt ja immerhin unendlich viele reguläre Ausdrücke und es ist also nicht so einfach zu sehen, dass keiner davon funktioniert. Das heißt, wir brauchen, wenn wir feststellen wollen, dass irgendeine Sprache nicht regulär ist, eine andere Werkzeugkiste. Wir müssen Hilfsmittel verwenden, wir müssen Ideen ansetzen, die wir bisher noch wenig oder gar nicht eingesetzt haben. Und das soll jetzt das Thema dieses kurzen Videos sein. Die erste Herangehensweise, die Sie vielleicht sich schon selbst hätten überlegen können oder wo Sie schon selbst dran gedacht haben nach den letzten Videos, ist es, den Satz von Myhill und Neroad zurate zu ziehen. Ja, Sie erinnern sich, der Satz von Myhill und Neroad handelte von einer bestimmten Äquivalenzrelation, die wir für eine Sprache definiert haben, für jede beliebige Sprache, nicht nur für reguläre. Und wir hatten festgestellt, dass eine Sprache genau dann regulär ist, wenn diese Relation endlich viele Äquivalenzklassen hat. Mit anderen Worten, wenn die Sprache nicht endlich viele Äquivalenzklassen hat, dann ist sie auch nicht regulär. Und damit hat man schon, ohne dass man viel beweisen muss, da einfach nur durch Umkehrung der Aussage ein Kriterium, was man verwenden kann, um Sprachen als nicht regulär zu erkennen. Und tatsächlich haben wir das schon gemacht. Wenn Sie zurückdenken an die Videos, in denen wir diese Relation hier angeschaut haben, dann erinnern Sie sich vielleicht an ein Beispiel, bei dem wir beim Berechnen der Äquivalenzklassen festgestellt haben, dass es da unendlich verschiedene solche Äquivalenzklassen gibt. Das war die Sprache A hoch N, B hoch N. Das können Sie sich gerne nochmal anschauen im Video, wie wir das genau gesehen hatten. Aber der Kernpunkt bei dieser Feststellung war es letztlich, dass man für jede Anzahl von A's hier eine andere Äquivalenzklasse bekommt. Also je nachdem, wie viele A's man bereits gesehen hat, muss man eine unterschiedliche Anzahl B's akzeptieren. Das ist ja klar. Das ist hier A hoch N, B hoch N. Die Herausforderung ist, gleich viele A's und B's im Wort zu haben. Das heißt, es gibt, wenn ich jetzt mal als Automaten mir das vorstellen würde, letztlich unendlich viele verschiedene Zustände. Denn der Automaten müsste in irgendeiner Form speichern, wie viele A's bereits eingelesen wurden, um die richtige Akzeptanzentscheidung für den Rest treffen zu können. Und Automaten haben eben nur endlich viele Zustände. Das heißt, wir können hier nicht beliebig viele solcher Anzahlen von A's speichern. Wir könnten höchstens endlich viele unterscheiden. Zum Beispiel haben wir ja Beispiele gesehen, in denen wir zwischen gerade und ungerader Anzahl unterscheiden. Das geht. Aber wenn es wirklich darum geht, die genaue Zahl zu ermitteln, dann funktioniert das nicht. Und das ist also der Grund, warum A hoch N, B hoch N ein typisches Musterbeispiel für eine nicht reguläre Sprache ist. Der Slogan hier ist letztlich, reguläre Sprachen können nicht zählen. Das heißt, sobald Sie, oder fast in allen Fällen, in vielen Fällen, in denen die Definition einer Sprache damit zu tun hat, dass man die genaue Zahl von irgendetwas bestimmen muss, genügt es nicht, einen Automaten zu verwenden. Da werden Sie keinen regulären Ausdruck mehr finden und auch keine reguläre Grammatik. Okay. Eine weitere Anmerkung, die hier steht, mit der das natürlich zu tun hat, ist, dass ein endlicher Automat einfach nicht den nötigen Speicher besitzt, um akkurat zählen zu können. Das hatte ich indirekt natürlich, wenn ich sage, es gibt nur endlich viele Zustände, schon ausgedrückt. Aber das konkret Speicher zu nennen, ist ein guter Hinweis. Das heißt, das wird uns auch für die Fälle, in denen wir über die regulären Sprachen hinausgehen wollen, dann zeigen, wo es weitergeht. Wir brauchen irgendwie Speicher bei unseren Automaten, um mehr leisten zu können. Okay. Gut. Das ist also eine solche Sprache, die nicht regulär ist. Das ist aber bei weitem natürlich nicht die einzige Sprache. Und es gibt noch viele andere Fälle, die man auch zeigen kann. Und es ist dabei hilfreich, wenn man mehr als eine Möglichkeit hat, das zu tun. Und ich möchte Ihnen jetzt nach der direkten Anwendung von Michael und New Road eine zweite Möglichkeit vorstellen, wie Sie nicht Regularität sehen können. Auch hier benutzen wir dabei etwas, das wir schon aus den früheren Videos kennen. Wir hatten nämlich über sogenannte Abschlusseigenschaften gesprochen. Ja, Sie erinnern sich, eine Abschlusseigenschaft besagt, dass für bestimmte Operationen, die man mit Sprachen durchführen kann, das Ergebnis garantiert regulär ist, wenn alle Eingaben regulär sind. Und das galt für alle diese Mengenoperationen, die Sie hier nochmal aufgelistet sehen. Und auch diese Aussage kann man natürlich umkehren, um eine Aussage zu erhalten, die nicht Regularität belegt. Zum Beispiel für den Fall vom Schnitt der Sprachen kann ich sagen, wenn eine Sprache L1 regulär ist und ich weiß, dass der Schnitt von L1 mit einer zweiten Sprache L2 nicht regulär ist, also das muss ich schon irgendwoher wissen, dann kann ich daraus Schlussfolgern, dass L2 ebenfalls nicht regulär ist. Denn wenn L1 und L2 beide regulär werden, dann müsste der Schnitt es ja eben so sein, und das ist er nicht. Okay, diese Sichtweise hilft uns manchmal, um aus einfachen, bekannten, nicht regulären Sprachen andere, kompliziertere Sprachen ebenso als nicht regulär zu erkennen. Dazu habe ich auch ein kleines Beispiel. Wenn Sie die Sprache betrachten über dem Alphabet A und B, bei der wir alle Wörter zulassen, die die gleiche Anzahl von A's wie B's enthalten. Das ist etwas, was der Sprache A hoch N, B hoch N irgendwie ähnelt natürlich, aber der Unterschied ist, jetzt geht es nicht um die Reihenfolge. Die A's und B's können beliebig durchmischt sein. Wir fordern lediglich, dass es gleich viele von beider Sorte gibt. Und das könnten Sie jetzt versuchen zu analysieren. Sie könnten auch hier wieder direkt mit Myhill und Neerode die Äquivalenzklassen bilden und dann argumentieren, dass Sie unendlich viele verschiedene Klassen finden. Das würde auch funktionieren. Ist aber ein bisschen Schreibarbeit, weil bis man erkennt, dass es unendlich viele Klassen gibt, muss man vielleicht zumindest sich ein paar überlegen. Wir können aber auch leichter zum Ziel kommen, wenn wir uns einfach überlegen, dass diese Sprache ja sehr eng verwandt ist, vielleicht mit A hoch N, B hoch N. Wie gesagt, das Einzige, was Sie zusätzlich zulässt, ist diese Vertauschung von A's und B's. Aber in gewisser Weise steckt doch A hoch N, B hoch N hier drin. Also jedes Wort der Form A hoch N, B hoch N insbesondere, ist ja auch ein Wort in dieser Sprache, denn es gibt da gleich viele A's wie B's. Okay. Und das können wir jetzt nutzen, zusammen mit diesem Satz hier, indem wir sagen, es gibt doch eine reguläre Sprache, die uns diesen Teil A hoch N, B hoch N aus dieser allgemeineren Sprache wieder rausholt im Schnitt. Und zwar ist das einfach die Sprache A Stern, B Stern. Die Sprache, bei der jedes Wort akzeptiert wird, indem A's grundsätzlich vor den B's stehen und nicht in irgendeiner anderen Reihenfolge. Und wenn wir das mit L schneiden, dann erhalten wir genau diese nichtreguläre Sprache A hoch N, B hoch N, die wir gerade schon als nichtregulär erkannt haben. Und wenn wir dann den Satz anwenden, sehen wir, aha, der Schnitt ist nicht regulär, aber A Stern, B Stern ist sicherlich regulär. Wir haben es hier ganz einfach mit einem, ja, könnten wir als regulären Ausdruck aufschreiben. Ich habe hier Mengenoperationen natürlich verwendet. Aber wir wissen, dass so ein Ausdruck immer eine reguläre Sprache beschreibt. Und das bedeutet, da das Ergebnis trotzdem nicht regulär ist, muss L eine nichtreguläre Sprache sein. Okay. Und so haben wir also, ohne dass wir uns nochmal die Mühe machen, Äquivalenzklassen zu bestimmen, die Regularität, die Nichtregularität direkt rübergezogen auf ein neues Beispiel. Okay. Als letztes möchte ich in diesem Video noch ein sehr populäres und bekanntes Verfahren vorstellen, mit dem man Nichtregularität zeigen kann. Und das ist, und zwar ist das das sogenannte Pumping Lemma. Die Idee beim Pumping Lemma ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und zwar können wir, also der Grund, warum das Pumping Lemma Pumping Lemma heißt, wie wir gleich sehen werden, ist, dass es darum geht, Wörter aufzupumpen, also zu vergrößern in ihrer Länge, in einer gewissen Art und Weise. Und der Grund, dass das geht, ist ziemlich simpel zu sehen. Ein endlicher Automat, nehmen wir einen deterministischen, endlichen Automat, hat ja prinzipiell nur endlich viele Zustände. Daher der Name, nicht wahr? Endlicher Automat. Es gibt aber natürlich in regulären Sprachen häufig beliebig lange Wörter. A-Stern hat beliebig lange Wörter zum Beispiel. Wie kann es also möglich sein, dass ein endlicher Automat unbegrenzt lange Wörter akzeptiert, die insbesondere länger sind, als die Größe des Automaten und die mehr Zeichen enthalten, als der Automat Zustände hat? Naja, das ist relativ einfach. Der Automat verwendet einfach, während er die Zeichen liest, manche Zustände mehrmals. Also es ist ja nicht gefordert, dass jeder Zustand nur einmal besucht wird. Wenn das Wort länger ist als die Anzahl der Zustände, dann muss eben ein Zustand mehrfach besucht werden, wenn man so ein Wort akzeptiert. Aber da ist schon die Idee fürs Aufpumpen zu erkennen. Es ist nämlich so, dass natürlich die, wenn ein Automat einen Zustand mehrfach besucht, also zweimal zum Beispiel, dass er ihn im Prinzip auch dreimal besuchen könnte. Es gibt ja irgendwie eine Schlaufe in dem Übergangsdiagramm, die es uns erlaubt, zu demselben Zustand zurückzukehren, bei dem wir schon mal waren. Und wenn wir zu ihm zurückkehren, können wir das auch noch mal tun. Und wir können das auch noch mal tun. Und wir können das auch noch mal tun. Das heißt, ein Automat, der grundsätzlich in der Lage dazu ist, einen Zustand mehrfach zu besuchen für ein Wort, der kann das auch mehr als einmal. Und das heißt, jedes Mal, wenn die Schlaufe durchlaufen wird, jedes Mal, wenn der Automat diesen Kreis wieder schließt, hat er wieder mehr Zeichen eingelesen, ist das Wort wieder länger geworden. Und an irgendeinem Punkt, wenn wir der Meinung sind, dass wir genügend im Kreis gegangen sind, dann können wir weitergehen und akzeptieren durch entsprechende andere Zeichen. Das heißt, mit anderen Worten, ein Automat, der Wörter akzeptieren kann, die länger sind, als er groß ist, kann auch beliebig lange Wörter akzeptieren. Denn es gibt für den Automaten ja keine Möglichkeit zu wissen, wie oft er schon durch die Schleife gelaufen ist. Das heißt, wenn es einmal geht, geht es auch beliebig oft. Und es muss einmal gehen, wenn man sich nicht auf ganz kurze, endliche Wörter beschränken möchte. Okay, das ist schon die ganze Idee des Pumping-Glammas. Also, eine sehr einfache Aussage eigentlich. man kann, wenn man Wörter akzeptiert, die ausreichend lang sind, dann muss man auch beliebig lange Wörter akzeptieren. Das mathematisch aufzuschreiben, ist relativ umständlich, muss man sagen. Und das Wort, ich werde es Ihnen gleich zeigen, wie es aussieht. Es führt, glaube ich, dazu, dass das Pumping-Glamma manchmal als etwas Kompliziertes angesehen wird, was es eigentlich nicht ist. Ja, es ist eine super einfache Aussage, Sie haben es ja gerade gesehen. Aber die Art, wie man das formuliert, ist trotzdem manchmal ein bisschen kompliziert. Hier steht es aufgeschrieben. Sie sehen schon, fünf Zeilen mit einer Menge Symbolen. Pumping-Glamma. Für jede reguläre Sprache L gibt es eine Zahl N oder gleich N, so das gilt, für jedes Wort Z in der Sprache L, das länger ist oder mindestens so lang ist wie diese Zahl N. Gibt es eine mögliche Zerlegung von Z in drei Teile U, V und W, wobei V mindestens ein Zeichen enthält und UV zusammen kürzer sind als N oder höchstens so lang sind wie N. So, das gilt, für jede beliebige Zahl K ist U mit K Wiederholungen von V in der Mitte gefolgt von W ebenfalls ein Wort in der Sprache. Okay, also relativ einfach, aber Sie sehen schon in dieser Aussage, hier gibt es einen ständigen Wechsel von Quanturen. Für jede Sprache gibt es eine Zahl, sodass für jedes Wort eine Zerlegung existiert, sodass für jede Zahl, also Sie haben hier für alle, für es gilt für alle, es existiert eins, es gilt für alle, es existiert eins, dieser Wechsel ist schon ein Grund, warum die Aussage ein bisschen technisch wirkt und ein bisschen kompliziert wird. Was hier drinsteckt, ist aber genau das, was ich gerade schon erklärt habe. Wir können im Automaten, wenn es einen gibt, im Schleifen gehen. Das geht natürlich nur, wenn das Wort, was wir betrachten, lang genug ist. Es muss länger sein als der Automat und deshalb gibt es hier so eine Zahl N, die uns eine Minimallänge definiert. Das Pumping-Lemma selbst bezieht sich gar nicht auf einen Automaten. Aber wir wissen, jede Sprache hat irgendeinen Automaten und er hat irgendeine Größe und aus dieser Größe könnten wir ein geeignetes N finden. Sofern das Wort lang genug ist, können wir das immer aufpumpen. Und das Aufpumpen wird jetzt hier im Detail dargestellt, indem wir genau sagen, welchen Teil wir mehrfach durchlaufen, nämlich diesen Mittelteil des V. Und sagen dann, wir können, wenn wir so ein V gefunden haben, das beliebig oft wiederholen. Interessanterweise auch null Mal. Wir hätten uns die Schleife auch ganz sparen können, denn wenn wir ein V durchlaufen, mit dem einzigen Ziel, wieder zum gleichen Zustand zurückzukommen, dann hätten wir auch das, was wir, nachdem wir die Schleife durchlaufen haben, gleich im Anschluss tun können, und dann hätten wir null Mal V gelesen und wären gar nicht in die Schleife gegangen. Das geht aber auch immer. Okay. Im Prinzip, wenn ich das so erkläre, dann habe ich eigentlich schon bewiesen, wie das Lemma funktioniert, und das ist auch in gewisser Weise berüchtigt, das Pumping Lemma dafür, dass die Aussage des Lemmas fast länger ist, als der Beweis, den man braucht, um zu zeigen, dass das gilt. Was sich mit dem deckt, weil ich vorher gesagt habe, es ist eigentlich leichter zu verstehen, was hier passiert, als es technisch zu lesen. Ich zeige Ihnen den Beweis gleich nochmal, Schritt für Schritt, damit Sie es nochmal nachvollziehen können. Sei also M irgendein endlicher Automat, ein deterministischer endlicher Automat für diese Sprache L. muss es ja geben, denn sie ist regulär. Der hat eine bestimmte Anzahl an Zuständen, die Zahl ist uns egal, aber wir müssen feststellen, dass es sie gibt. Ja, es ist eine Zahl von Zuständen. Wir wählen jetzt als Wortlänge oder als Mindestlänge der Wörter die Anzahl der Zustände plus 1. Das sind die Wörter, bei denen wir sicher sein können, dass ein Zustand mehrfach besucht wird. Wenn jetzt also ein beliebiges Wort, dessen Länge Größe gleich n ist, akzeptiert wird, dann muss innerhalb der ersten n Schritte bereits ein Zustand, den ich hier p nenne, zweimal besucht worden sein. Wann das genau passiert, wissen wir nicht. Wir können das aber die Indizes mal benennen und sagen, dass es i und j Schritte gegeben hat, bevor das passiert ist. Das kann ich mir so darstellen hier. Ich habe schon ein paar Farben mit benutzt, damit man es gleich besser sieht, was hier passiert. Wir beginnen also im Startzustand Q0 und haben dann eine Kette von Zustandsübergängen mit Symbolen jeweils und irgendwann nach i Schritten hier kommen wir zum Zustand P. Dann geht es weiter, wir führen noch mehr Schritte aus und nach j Schritten kommen wir erneut zum Zustand P. Ja, i ist nicht gleich j. Und dann geht es irgendwie weiter. Also das ist alles noch innerhalb der ersten n Schritte. Wir wissen schon, innerhalb dieser ersten Endschritte muss die Menge der Zustände irgendwie erschöpft sein und ich muss irgendein P doppelt gesehen haben. Das kann natürlich hier, der Teil danach kommt, kann noch viel länger sein. Okay, und damit, wie die Farben hier schon andeuten, habe ich meine Zerlegung gefunden. Der erste Teil der Zerlegung ist das Präfix, was mich bis zum P bringt. Au, das ist das Wort, das ich in der Schlaupe durchlaufen kann, weil ich immer wieder zu P zurückkomme. W, das ist der Abschluss des Suffix, mit dem ich dann letztlich zum Endzustand gelange von V aus. Das ist also meine Zerlegung und es ist jetzt völlig klar hoffentlich, dass jeder Lauf, bei dem ich diese Zustände, die hier in der Mitte kommen, im blauen Teil beliebig oft wiederhole, einschließlich nullmal, ist auch letztlich wieder ein akzeptierender Lauf. Und für jeden solchen Lauf gibt es entsprechende Wörter, die hier an den Übergängen stehen. die dementsprechend beliebig lang sein können. Und das ist das, was wir eben mit Aufpumpen bezeichnen. Okay, das ist es, das ist das Pumping-Lämmer. Nicht so kompliziert hoffe ich, trotzdem merken wir immer wieder, ja, wir geben ja auch Klausuraufgaben vor und schreiben Prüfungen und wir merken immer wieder, wenn wir fragen, schreiben Sie mal das Pumping-Lämmer auf. hier kann man leicht durcheinander kommen, ja. Es gibt diese fünf Zeilen und in jeder Zeile wird irgendein Teil eingeführt, also hier die Sprache L, die Zahl N, das Wort Z, die Zerlegung mit UVW und letztlich die Zahl K. Alles das muss in der richtigen Reihenfolge dastehen und es ist gut, wenn man sich das vor der Prüfung mal überlegt, wie das aussieht. es sind eigentlich geschenkte Punkte, wenn man dieses kurze Stück gut verstanden hat. Man kann sich das auch, denke ich, gut herleiten, wenn man das Prinzip verstanden hat, dann kann man sich auch überlegen, was zuerst kommt und es da rein nach ausschreiben, aber man kann es natürlich auch einfach lernen. Okay. Gut. Das ist also das Pumping-Lämmer und das Pumping-Lämmer sagt jetzt, dass etwas, dass diese Eigenschaft des Aufpumpen für jede reguläre Sprache gilt. Was nützt uns das? Die Aussage ist, hat die Form, wenn regulär, dann aufpumpbar. Das heißt, wir können das verwenden, indem wir es wieder umdrehen, um Nicht-Regularität zu erkennen. Und das wollen wir dann machen. Bevor ich das tue, zeige ich Ihnen aber noch ein Beispiel, wo man ganz normal pumpen kann, also wo reguläre Sprachen das zulassen. Das sehen wir hier auf der Folie. Wir haben eine Sprache B-Stern, A, B-Stern, A, B-Stern, Stern. Kann man sich überlegen. Das ist genau die Sprache der Wörter, in denen Gradzahl vieler A's vorkommen. Und die ist offenbar regulär, denn ich habe sie als regulären Ausdruck hier auch angegeben. Und da könnte man zum Beispiel n gleich 2 wählen aus dem Pumping-Glamour. Das heißt, für jedes Wort, das mindestens zwei Zeichen enthält, gibt es einen Teil, den man wiederholen kann. Das ist noch übrigens eine niedrigere Zahl, als der Automat hergeben würde. Der kleinste Automat für diese Sprache hat selbst zwei Zustände. Das heißt, mit dem Beweis, den wir angegeben haben, würde man n gleich 3 erhalten, zumindest, wenn man so einen kleinen Automaten nehmen wollte. Aber es reicht sogar schon n gleich 2. Und man kann das sehen, indem man sich einfach die verschiedenen Formen akzeptierter Wörter überlegt. Wenn ein Wort der Sprache mit einem b beginnt, dann können wir das immer dadurch aufpumpen, dass wir einfach das b wiederholen. Also wir haben schon das b und es können beliebig viele bs am Anfang stehen. Die Anzahl der bs macht ja keinen Unterschied in dieser Akzeptanzbedingung. Das heißt, wir wählen u als das leere Wort Epsilon. Das ist etwas, was dieses Pumping-Glamour erlaubt, aber keine Bedingung dazu gesagt, dass u nicht leer sein darf. v muss nicht leer sein, weil das leere Wort zu pumpen würde nicht viel bringen, da würde sich nichts ändern. Also v muss mindestens ein Zeichen enthalten, dann nehmen wir hier das b und w ist einfach der Rest, der hier noch nach dem Wort kommt. Falls das Wort nicht mit b anfängt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es fängt mit a, b an oder es fängt mit a, a an. Das sind dann wirklich alle Fälle und dann haben wir alle Wörter explizit abgedeckt. Wenn es mit a, b anfängt, naja, dann nehmen wir das b an zweiter Stelle und können das pumpen. Das heißt, wir wählen u gleich a, v gleich b und w gleich y und wenn es zwei a's am Anfang gibt, dann können wir mal nicht mit b pumpen, wir wissen nicht, ob hier ein b noch erscheinen wird, aber wir können die zwei a's nehmen und die beliebig oft wiederholen, denn das ist ja eine gerade Anzahl und wenn wir sie in irgendeiner Form k mal einfügen, dann bleibt es immer noch eine gerade Anzahl und das bedeutet, u ist hier wieder y, v ist a und w ist das suffix. Okay, und das ist also eine direkte Art und Weise für diese Sprache zu zeigen, für welche Größen das Pumping Lemma gilt. Das ist nur als Beispiel, wir lernen, wenn wir das machen, für eine reguläre Sprache erstmal nichts, denn das, dass es allgemein möglich ist für reguläre Sprache, wissen wir ja schon und insofern ist das nur noch mal eine Veranschaulichung der Aussage. Eine andere Frage, die Sie vielleicht haben, wenn Sie die Aussage sehen, ist, wie ist es denn mit endlichen Sprachen? Wir hatten doch gesagt, endliche Sprachen sind immer regulär, doch eigentlich ganz einfache Sprachen, aber gleichzeitig sehe ich doch ganz deutlich, dass man endliche Sprachen nicht aufpumpen kann. Also ich kann bei einer endlichen Sprache nicht beliebig lange Wörter erzeugen, sonst würden ja unendlich viele entstehen. Das stimmt und der Grund ist ganz einfach, dass das Pumping, Lämmer in diesem Fall trivial gilt, indem man einfach eine Zahl n wählt, die so groß ist, dass keine Wörter mit Länge größer gleich n in der Sprache vorkommen, für die irgendwas gefordert wird. Also die Aussage im Pumping-Lämmer ist ja für jede reguläre Sprache gilt, es gibt eine Zahl n, sodass für jedes Wort in der Sprache das größer als oder gleich n ist in seiner Länge, die restlichen Aussagen gelten. Und wenn ich jetzt sage, für jedes Wort, was größer gleich n ist und es gibt keine solchen Wörter, dann wird auch nichts gefordert und dann ist diese Alquantor trivial erfüllt und somit gilt das Lämmer für diese Fälle natürlich auch. Okay, das heißt, es ist okay, wenn man nichts pumpen kann und trotzdem das Pumping-Lämmer gilt, dann darf es aber wirklich immer nur endlich viele Wörter geben, denn ansonsten würde für jede Länge auch ein Wort existieren, was mindestens so lang ist. Okay, das also Beispiele für die positive Anwendung des Pumping-Lämmer. Was man eigentlich machen möchte, ist aber das Pumping-Lämmer zu verwenden, um etwas zu lernen daraus, um irgendetwas abzuleiten mit Hilfe dieses Satzes. Wenn ich schon weiß, die Sprache, die ich habe, ist regulär, dann kann ich die Pump-Parameter ermitteln, aber so sehr interessant ist das nicht. Viel interessanter ist die Umkehrung, wenn ich nämlich eine Sprache habe, von der ich noch nicht weiß, ob sie regulär ist oder nicht und ich zeigen kann, dass man die nicht pumpen kann. Wenn ich sehe, dass eine Sprache nicht zu pumpen ist, dann weiß ich automatisch auch, dass sie nicht regulär sein kann. Und das ist manchmal viel einfacher, als wenn man mit MyHill und Neerode oder irgendwelchen anderen Herangehensweisen versucht, das Gleiche zu beweisen. Und das sehen wir hier gleich mal am Beispiel. Sei die Sprache, die wir betrachten, von der Form A hoch K, wobei K eine Primzahl ist. Also die Sprache enthält nur Wörter, die aus A's bestehen, aber die Anzahl der A's, die erlaubt sind, muss jeweils eine Primzahl sein. Okay. Und ja, wir ahnen schon, dass da was schief geht. Wenn man sich vorstellen würde, man hat so eine Kette von A's, die gerade die richtige Länge hat und man könnte jetzt das Pumping-Lämmer anwenden, dann wäre es ja vielleicht möglich, die so aufzupumpen, dass das, was dabei entsteht, keine Primzahl mehr ist. Also Primzahlen sind ja schon recht speziell und wenn man einfach Kopien von Mittelteilen einfügt, dann ist die Chance, dass man damit nur Primzahlen erhält, natürlich nicht besonders groß. Okay, und da wollen wir hin. Also wir wollen sagen, wenn das pumpbar wäre, dann würden wir auch eine Nicht-Primzahl finden. Das ist die einzige Schwierigkeit jetzt noch oder der Punkt, wo man bei diesem Beweis ein bisschen eine Idee haben muss, ist die genaue Anwendung des Pumping-Lämmer, damit man ganz klar sieht, dass es dann keine Primzahl ist, wenn wir gepumpt haben. Und das steht hier mal aufgeschrieben. Wir nehmen erst mal an, man könnte das aufpumpen. Also es gäbe einen Wert n für diese Sprache, wobei man die Aussage des Pumping-Lämmer für dieses n gilt, für alle Wörter. Es gibt sicherlich eine Primzahl, die größer ist als n plus 2. Also es gibt ausreichend viele Primzahlen, das heißt, wir können auch eine wählen, die so groß ist, dass sie über n plus 2 liegt. Und wir können uns dann anschauen, das Wort für l, also das Wort, in dem l mal das Symbol A vorkommt. Das muss jetzt, wenn die Pumpeigenschaft gilt, eine solche Zerlegung zulassen, UVW. Und diese Zerlegung ist genau an der Grenze, an der wir pumpen können. Und das heißt, für jedes beliebige K darf man das VK mal wiederholen und wird immer noch in der Sprache sein. Das heißt, insbesondere darf ich das V auch genau Länge von U und W zusammen mal wiederholen. Ich wiederhole also den V-Teil so oft, wie es A's in U und W zusammen gibt. Wie viel A's habe ich dann? Ich habe so viel A's wie in U und W insgesamt waren und dann habe ich noch die Länge von V mal der Länge von UW zusammen viele A's. Das heißt, insgesamt habe ich Länge von V plus 1 mal Länge von UW viele A's. Das ist dann die Gesamtzahl, um einfach auszurechnen. Und das ist offenbar keine Primzahl. Länge von V plus 1 ist also eine Zahl, die größer 1 ist. V muss ja auch schon Länge 1 oder mehr haben und UW zusammen ist auch nicht leer und auch nicht 1 nur in dem Fall, da wir die Gesamtlänge des Wortes so gewählt haben. Wir wissen ja, dass dieser UV-Teil sich in den ersten N Zeichen abspielen muss. Das heißt, wir sind sicher, dass hier im W-Teil noch ausreichend viele Zeichen kommen, damit diese Zahl größer ist als 1. Das heißt, wir haben ein Produkt aus zwei Zahlen, die größer sind als 1 und das ist sicherlich keine Primzahl. Dementsprechend darf dieses Wort nicht in der Sprache liegen. Widerspruch, es kann nicht gehen, dass diese Sprache gepumpt werden kann und daher ist diese Sprache nicht regulär. Das ist so eine klassische Anwendung von Pumping für Nichtregularität. Und wie gesagt, in manchen Fällen kommen sie damit leichter weg. Manchmal ist es einfacher, auf die Art etwas zu zeigen. Trotzdem kann man sich schon fragen, ob das Pumping Lämmer überhaupt sinnvoll ist. Bringt es überhaupt was? Und ich habe mich das auch gefragt und die Vorlesung aufnehmen. Es ist so ein klassisches Resultat, es kommt in allen Vorlesungen vor. Aber bringt das wirklich was? Sollte man das Pumping Lämmer lehren? Ein starkes und gewichtiges Gegenargument wäre ja, dass wir mit Myhill und Neroad schon einen Ansatz hat, der garantiert funktioniert. Denn es ist ein notwendiges und hinreichendes Kriterium für Regularität. Das heißt also, wir haben endlich viele Äquivalenzklassen genau dann, wenn die Sprache regulär ist. Das heißt, wir wissen, jede nichtreguläre Sprache hat unendlich viele Äquivalenzklassen in Myhill und Neroad und wenn wir das analysieren, dann werden wir garantiert einen Beweis für die Nichtregularität finden. Pumping dagegen hat das nicht. Pumping ist nur eine notwendige Eigenschaft regulärer Sprachen, aber es ist nicht hinreichend, um regulär zu sein. Es kann durchaus sein, dass eine Sprache, die nichtregulär ist, auch gepumpt werden kann. Trotzdem kann man sagen, naja, das mag so sein in der Theorie, aber praktisch kann man schon vieles pumpen oder viele nichtreguläre Sprachen durch ihre Nichtpumpbarkeit erkennen. Also das Pumping-Lämmer ist schon in vielen Fällen anwendbar. Ich schreibe hier praktischen Fällen. Sie können selbst entscheiden, wie praktisch die Sprachen sind, mit denen wir hier arbeiten. Das sind natürlich immer ganz einfache Beispielsprachen. Man hat ja auch noch die Abschlusseigenschaften, sodass man noch ein bisschen weiterkommen kann. Was wir gerade gesehen haben mit den Primzahlen stimmt, es ist manchmal leichter, das direkt zu zeigen mit Pumping und intuitiver. Insbesondere natürlich bei Eigenschaften, die irgendetwas mit konkreten Zahlenwerten zu tun haben, wo man schon sehen kann, dass durch Aufpumpen die Eigenschaft zerstört werden wird. Contra, die Aussage ist kompliziert. Aufzuschreiben, das Pumping Lemma ist schwieriger als es zu beweisen letztlich und insofern nicht das erste Werkzeug, was man vielleicht sich wünschen würde als Student. Aber es gibt trotzdem noch einen Vorteil und das ist vielleicht der wichtigste, der am Ende mich dann doch dazu gebracht hat, da ich das hier bespreche, und zwar ist das die Tatsache, dass die Idee an sich eine wichtige und intuitive, grundlegende Idee ist, dass man Sprachen aufpumpen kann, weil der Automat sich nicht merken kann, wie er zu einem Zustand gekommen ist und das heißt, wenn er einmal hinkommt, kann er beliebig oft wieder hinkommen, wenn es da in eine Schleife geht. Das ist eine wichtige intuitive Idee und ein wichtiges Merkmal von regulären Sprachen, was man verstehen sollte. Und zweitens, wir werden noch ein wichtigeres und nützlicheres Pumping Lemma kennen. Es gibt nicht nur für reguläre Sprachen die Möglichkeit, Dinge aufzupumpen, Sprachen schon verstanden hat, weil man dann diese Intuitionen mitnehmen kann und ein bisschen leichter vorankommt. Okay, das war es gewesen für diese Vorlesung zum Thema Nichtregularität von Sprachen, die Grenzen von regulären Sprachen. Wir haben drei Möglichkeiten oder drei Techniken kennengelernt, mit denen man Nichtregularität zeigen kann. Michael und Neerode Abschlusseigenschaften und Aufpumpen. Die sollen uns erst mal genügen. In den nächsten Videos möchte ich noch kurz etwas über algorithmische Probleme sagen, die wir gern lösen wollen, wenn wir mit regulären Sprachen arbeiten und auch gleich zeigen, wie man sie löst. Dann sind wir durch mit den regulären Sprachen und können uns weiter umschauen und sehen, was es dann noch so gibt. Bis dahin Danke fürs Zuhören und bis gleich im nächsten Video. Tschüss.